Wir können anfangen, wenn Sie möchten. Gut, dann zeige ich Ihnen noch zum Schluss etwas, was die Sicherheit von Computern auch betreffen könnte. Vielleicht gibt Ihnen das eine Anregung. Und das zur Lösung des Problems. Ja, klar. Und das ist die Lösung. So, meine Damen und Herren, ich freue mich recht herzlich, Sie begrüßen zu dürfen und dass es mir gelungen ist, so viele Leute zu dieser späten Stunde von ernsthaften Themen abzuhalten, um Ihnen eine zauberhafte Naturwissenschaft vorzuführen. Zu meiner Person, ich bin Lehrer für Physik und Mathematik hier in Berlin. Seit 30 Jahren versuche ich Jugendliche davon zu überzeugen, dass Naturwissenschaften und Mathematik grundlegend für unsere Gesellschaft sind. Sie alle, die auf dem Gebiet der Computertechnik arbeiten, für Sie dürfte das nichts Neues sein, aber nochmal, ich bemühe mich sowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen, sprich Lehrern, in Fortbildungen Anregungen zu geben, sich den Naturwissenschaften und der Mathematik zu widmen. Ich zeige Ihnen eine Auswahl von zum Teil einfachen Sachen, die Sie auch heute Abend oder morgen früh schon zu selbst machen können, aber auch komplexeren und komplizierteren Sachen. Bei einigen dieser verwunderlichen Dinge, die ich Ihnen zeige, erkläre ich Ihnen, wie es funktioniert, bei einigen nicht. Und da werde ich dann auch was zu sagen, warum ich das nicht tue. Gut, soweit zur Eröffnung. Zaubern im Unterricht, wie gesagt, ich mache sowas, für viele Leute ist das unseriös, weil die Mathematiker sagen zum Beispiel, hier haben wir ein Beispiel, dass man einen Kreis nicht in flächengleiches Quadrat verwandeln kann. Das glaubt einem keiner. Ich meine, es geht auch andersrum. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, das hat Ihnen Ihr Mathelehrer früher vielleicht gesagt, das hängt mit dem Pi zusammen, ja, irgendwie so irrational und so, aber wenn der sowas ausgepackt hätte und hätte gesagt, Kinder, ein Kreis lässt sich nicht in Flächen kreisen, dann hätten Sie es vielleicht sich gemerkt. So, gut. Ich will damit nur andeuten, mit solchen etwas verrückten Sachen kann man, ja, bei Schülern Interesse wecken oder bei Jugendlichen Interesse wecken. Jetzt sagen viele, aber das ist doch, irgendwie ist das unseriös. Ich bin nicht der Meinung. Ich will Ihnen das an einem Beispiel mal vorführen. Dieses ist jetzt etwas, was mit Übersinnlichkeit zu tun hat. Sie sehen hier drei Symbole, Kreuz, Kreis, Dreieck und jetzt wählen wir mal, wer ist mental begabt von Ihnen? Also irgendeinen brauche ich freiwillig. Können Sie es erkennen? Wenn Sie sich stellen, können Sie es erkennen. Okay, jetzt konzentrieren Sie sich mal auf diese Bilder und versuchen Sie, eines dieser Symbole auf Sie einwirken zu lassen, wo Sie sagen, Ihr Inneres sagt Ihnen, das wähle ich. Haben Sie sich für eins entschieden? Für welches? Für das Dreieck. Gut. Nun hängt seit geraumer Zeit, kommen Sie mal hier, Sie müssen nur hier kurz was machen. Hier, da hängt etwas. Nehmen Sie das doch mal bitte ab. Ja, machen Sie auf, das ist ein Umschlag und da steht was drin. Und das falten Sie auseinander und zeigen Sie das bitte. Was steht da? Gucken alle, ja. So. Und dieses zeigt, das hat absolut nichts mit Übersinnlichkeit zu tun. Der Effekt ist zunächst mal unwerfend. Aber er gestattet uns nachzudenken, warum ist das so? Sie haben sich für das Dreieck entschieden. Vielen Dank, den Umschlag brauche ich nochmal. Danke. Sie haben sich für das Dreieck entschieden. Deswegen, die meisten Menschen entscheiden sich, Sie haben mit Sicherheit gedacht, ich nehme den Kreis. Aber dann haben Sie gesagt, ey, der hängt in der Mitte, ist größer als die anderen. Der will, dass ich den Kreis wähle. Also wähle ich das Dreieck, stimmt's? Na gut. Fakt ist, die meisten wählen das. Es hängt in der Mitte, symmetrisch und es ist mit Absicht dicker gezeichnet. Wenn der Effekt komme, wäre der Effekt noch umwerfender gewesen. Warum? Dann hätte ich zu Ihnen gesagt, kommen Sie nach vorne und drehen Sie bitte um. Und was steht hier? Sie werden den Kreis wählen. Und dann sagt natürlich jeder sofort, ey, das steht auf den anderen auch drauf. Pustekuchen steht natürlich da nicht drauf. Und wenn Sie sich ganz intuitiv für das Kreuz entschieden hätten, dann hätte ich gesagt, hier hängt auch ein Umschlag. So. Im Grunde primitiv, total primitiv. Aber denken Sie bitte an den Effekt bei einigen von Ihnen, als Sie das vorhin gesehen haben. Waren Sie platt zum nächsten Mal. Und das ist, ja, einige nicht, okay. Aber es wird noch besser, keine Panik. Aber, ähm, und das ist das Einzige, was bei diesen Dingen zählt. Nur der Effekt zählt. Wie man den erreicht, ist völlig sekundär. Irgendwann, wenn Sie solche Sachen kaufen, das ist manchmal schweinig teuer, obwohl das nur so ein kleines Schnuppelding ist, was Sie brauchen. Sie zahlen den Effekt, nicht das Gimmick, was Sie brauchen. Manchmal auch, aber meistens zahlen Sie nur den Effekt. Das soll nur ein Beispiel dienen, um, ja, skeptisch zu bleiben gegenüber Effekten. Und dazu habe ich hier unten einige Zeitschriften mitgebracht. Der Skeptiker, Nomen est omen, wie der Latriner sagt, dürfen Sie sich nachher kostenlos mitnehmen. Das sind zehn Exemplare. Das ist eine Zeitschrift, die, ja, sich skeptisch mit verrückten Dingen beschäftigt, von denen einige Leute behaupten, es wäre die Wahrheit. Ich will da nicht weiter drauf eingehen, aber wie gesagt, das hat was mit Nachdenken zu tun. Okay. Sie alle sind jetzt schon, wie viel Uhr haben wir jetzt? 22 Uhr. Da sind viele von Ihnen schon müde. Wie wird man wach? Ganz einfach. Adrenalin. Binden Sie sich ein Gummiseiler ans Bein, springen Sie von der Brücke. Werden Sie hellwach? Ja, oder es gibt unter Ihnen noch Leute, die werden hellwach. Adrenalin, wenn Sie in ein fremdes System einbrechen. Okay. Alles wunderbar. Ich kann Ihnen jetzt bei einigen zumindest kostenlosen Adrenalinstoß versetzen. Sie werden, einige von Ihnen, schlagartig das spüren, was einige Leute spüren, wenn Sie sich ein Gummiseil ans Bein bitten, von der Brücke springen. Achten Sie auf meine Hand. Achtung. Alle, die gestöhnt haben. Das war es. Das ist eine natürliche Reaktion des Körpers. Oh, es ist nichts passiert. Nur der Effekt zählt. Was Sie hier dran sehen ist, was haben Sie gesehen? Sie haben nur gesehen, dass ich so gemacht habe. Sonst nichts. Der Rest ist hier abgelaufen. Es ist gar nichts passiert. Der Effekt besteht darin, dass man eine Hartplastik sich unter den Arm klemmt. So was. So ein Becher hier. Ja? Den klemmen Sie sich locker unter den Arm. Probieren Sie es mal aus. Sie kommen abends nach Hause, Mühe von der Arbeit und sagen, Boah! Heute geht es mir wieder. Gibt es in der Metro. Aber nur dort. Kann ich nur empfehlen. Kann man richtig die Leute aus der Reserve locken. Und man wird wach. Man ist hellwach auf einmal. Und jetzt können wir weitermachen. Endlich können wir mal zu dem kommen, wie arbeitet ein Naturwissenschaftler. Wir werden jetzt einen Versuch machen. Und zwar. Eine Pappe. Die lege ich hier auf den Projektor. Hier sind drei Nadeln. Ich habe mir das ein bisschen einfach gemacht. Eine rote, eine gelbe und eine grüne. Schaschlikspieße. Ich packe die jetzt hier hin. Ja? So. Gehe jetzt raus. Einer von Ihnen. Mir ist es wurscht, wer das macht. Kommt nach vorne. Wählt bitte eine Nadel aus. Beispielsweise die gelbe. Weiß ich nicht. Piekt hier ein Loch rein. Das wird dann so ähnlich wie das aussehen. Steckt die Nadel zurück. Zeigen natürlich allen, welche Nadel Sie nehmen, damit Sie das kontrollieren können. Und dann rufen Sie mich bitte wieder rein. So, wer geht nach vorne? Einer muss es machen. Machen Sie das? Tun Sie mir einen Gefallen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt werde ich mir mal das Loch angucken. Das ist mit der grünen Nadel gestochen. Ey, das stimmt. Oder? Natürlich war es die grüne Nadel. Übrigens, das könnten wir 3000 Mal wiederholen. Und ich wusste 3000 Mal, welche Nadel es war. Und so arbeitet ein Naturwissenschaftler. Sie stehen vor einem Phänomen. Und was macht der? Der stellt eine Hypothese auf. Das mache ich übrigens im Unterricht, im Physikunterricht. Die erste Physikstunde läuft so. Wie arbeitet ein Naturwissenschaftler? Der sieht ein Phänomen und denkt, ey, wie geht das? Und jetzt stellen Sie bitte einmal eine Hypothese auf. Woher wusste ich das? Bitte? Richtig. Das ist die häufigste Hypothese, die aufgestellt wird. Die Spitzen der Nadeln haben unterschiedliche Formen. Also kreuz, dick, dünn. Eine vollwertige Hypothese. Falsifizierbar, verifizierbar. Können Sie sofort untersuchen. Die ist leider falsch. Die nächste Variante ist, dass jemand sagt, also ich will das ein bisschen abkürzen, Sie müssen ja zwangsläufig eine Spitze anfassen. Das heißt, ich sehe dann, wie das reingestochen wurde. Es steckt eben anders da drin. Es gibt Zaubertricks, die funktionieren so. Eine vollwertige Hypothese. Verifizierbar, falsifizierbar. Du könntest mal eine Kiste drüber decken. Wenn ich reinkomme, kann ich nicht sehen, welche Nadel. Ich weiß es trotzdem. Sie werden lachen. Schüler kommen auf die Idee und sagen, ich habe zu Hause so eine Puppe oder so ein Auto. Wenn ich das in warmes Wasser tauche, dann ändert es die Farbe. Thermochromfarben sind das. Physik, ne? Und man muss es ja anfassen. Und dann sehen Sie, könnte man eine Kiste drüber decken, dass ich weiß die Nadel. Der Witz ist, ich verrate es Ihnen. Und jetzt werden Sie enttäuscht sein. Aber noch mal, nur der Effekt zählt. Das ist eine beliebte Routine aus der Zauberkunst, wissender Mitspieler. Einer hier aus dem Saal hat mir signalisiert, wie auch immer der das gemacht hat, und wer das war, ist völlig sekundär, welche Nadel es war. Und wir könnten das 3000 Mal machen. Ich wusste jedes Mal, Schüler wären der Irre. Das Schöne ist, wenn die letzte Hypothese an der Wand steht, nämlich, ich kann wirklich zaubern, klingelt es und ich gehe raus. Der Spannungsbogen steht, den können Sie für kein Geld der Welt kaufen. Die freuen sich auf die nächste Stunde, da kann ich Ihnen Gift drauf geben. Also, wie gesagt, so arbeitet ein Naturwissenschaftler. Ein simpler, einfacher Zaubertrick. Ja. Gibt es auch noch einen methodischen Ansatz, da will ich nicht weiter drauf eingehen. Ich zeige Ihnen jetzt Beispiele aus der Mechanik der Flüssigkeit. Sie alle kennen Hütchenspiele. Was Sie noch nie gesehen haben, ist ein Hütchenspiel mit Wasser. Das sehen Sie nur hier und heute. Nämlich, ich habe hier drei Becher. Die sind natürlich alle leer. Und ich gieße in den mittleren Becher Wasser ein. So. Und jetzt ist die Aufgabe, in welchem Becher ist das Wasser? Und jetzt beobachten Sie genau, da ist das Wasser drin. Jetzt, Achtung, wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Das könnte man ganz schnell machen, ja. Wo ist das Wasser? So. Wo ist das Wasser? Sind Sie sicher? Wenn da das Wasser drin ist, dann ist es da nicht drin, richtig? Sie haben es nicht geglaubt. Sie haben es nicht geglaubt. Okay. Wenn da das Wasser drin ist, dann ist es da nicht drin, korrekt? Hä? Sie haben auch nicht dran geglaubt. Also ist es hier drin, wa? Denkste? Das ist der Effekt. Das Wasser ist weg. Wer sich dafür interessiert, es hat ein bisschen was mit Chemie zu tun. Dieses Wunder passiert in jeder Windel. Haben Sie sich noch nie gewundert, dass aus der Windel nichts mehr rauskommt? Jedenfalls bis zu einer gewissen Flüssigkeitsmenge. Zehn Liter Eimer funktioniert nicht. Was ist da drin? Da ist ein hochmolekular vernetztes Polyacrylat drin oder ein sogenannter Superabsorber. Das Wasser geliert. Das wird im Bruchteil einer Sekunde fest. Wer sich dafür interessiert, kann ich ihm eine Adresse schicken. Da kann er Muster von diesem Pulver, das ist ein weißes Pulver, kann er kostenlos bekommen. Ich lege es nachher nochmal auf. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Wenn Sie mir eine E-Mail schicken, schicke ich Ihnen im Gegenzug eine Datei. Da steht die Adresse drin, wo Sie dieses Pulver kostenlos bekommen können. Sie können es auch für viel Geld im Zauberladen kaufen. Aber warum wird kaufen, wenn man es geschenkt bekommt? Zeige ich nachher nochmal. So, das war also eine chemische Sache. Übrigens, so sieht es aus. Das ist das Wasser. Das ist das Gelzeug. Ist ungiftig. Wenn man noch mehr Wasser zugießt, löst sich es vollkommen spurlos auf. Futtern sollte man es nicht. Man muss nicht alles essen. Aus dem Alter sind wir langsam raus. Zweites Beispiel. Ein Hohlzylinder aus Metall. Ich gieße ihn randvoll mit Wasser. Man nimmt einen Deckel, dreht um und jetzt geschieht das Wunder, das bleibt hängen. Das hat was mit Luftdruck zu tun. Zehn Meter Wassersäule hält der Luftdruck. Was ein echtes Wunder ist, ist, was passiert eigentlich, wenn ich den Deckel wegziehe? Der Effekt, ne? Das erstaunt einen. Jetzt werden Sie sagen, da hat er wieder seinen scheiß Pulver drin. Hat jemand dafür eine Erklärung? Nein, vergessen. Aber doch nicht auf die Fläche. Ich bitte Sie. Nein, das ist nur ein Deckel, der ist mit Folie überzogen, damit er nicht aufweicht. Also das ist es nicht. Das Geheimnis steckt hier drin, da ist ein doppelter Boden drin. Wenn Sie ganz leise sind, und ich klappere mal, hören Sie es rappeln? So, der hat etwa einen halben Millimeter Spiel. Wenn Sie das Rand voll füllen, setzen Sie den Deckel auf den Drehen um, fällt der Boden nach unten und schließt, jetzt zeige ich es Ihnen, fast dicht ab. Der Rand ist gebördelt und da kommen ein paar Tropfen raus. Aber der Rest ist drin. Und wenn Sie dann wieder den Deckel aufsetzen, drehen rum, fällt der Boden wieder nach unten und dann kommt das Wasser wieder raus. Ja, kann man verrückte Sachen mitmachen. Jetzt kommt aber die Steigerung. Jetzt kommt die Steigerung. Ich nehme ein durchsichtiges Glas und gieße Wasser hinein. Flüssig. Kein Superabsorber, dann wäre es ja fest. Deckel drauf. Und umdrehen. Und den Effekt kennen wir wieder Luftdruck. Den Effekt kennen Sie nicht. Das Wasser ist immer noch flüssig, wie Sie sehen. Kein Superabsorber, nichts. Und jetzt zeige ich Ihnen, dass Wassermoleküle, das sind ja auch nur Menschen, schreckhaft sind. Wenn ich jetzt gleich richtig die erschrecke, dann verlieren Sie die Fähigkeit, sich aneinander. Die sahen sich jetzt... Ja, ich habe es jetzt... Ich habe Falschu gesagt. Also jetzt ist das Wasser wieder rausgelaufen. Hat jemand dafür eine Erklärung? Vergessen Sie Ihre Oberflächenspannung. Primitiv. Das ist das Geheimnis. Ein durchsichtiger Deckel. Der steht hier unten einfach mit dem anderen Deckel. Da war der drauf. Habe ich den einfach unten draufgesetzt. Und wenn ich den jetzt wegziehe, bleibt dieser durch den Luftdruck kleben, dieser Deckel. Und warum geht es dann irgendwann auf? Richtig. Hier oben ist ein Loch. Da war mein Daumen drauf. Und wenn ich den Daumen wegnehme, kommt Luft rein. Und dann drückt der Luftdruck den Deckel nach unten. Und damit es nicht klappert, ist hier in der Schüssel ein Stück Schaumstoff drin. Damit das geräuschlos passiert, ja? Ja. Und jetzt, jetzt kommt die Krönung. Leider können die Leute hinten das nur schlecht sehen. Man kann es halt nur, hier vorne sind auch Plätze frei. Also Ihnen entgeht was. Ich nehme eine Cola-Flasche. Die Cola-Flasche ist gefüllt bis zum Rande. Das kennen Sie jetzt schon. Deckel drauf. Umdrehen. Wegziehen. Das ist ungewöhnlich. Jetzt werden Sie da... Die Oberflächenspannung. Vergessen Sie die Oberflächenspannung. Hier habe ich einen Bleistift. Das Wasser ist flüssig da drin. Jetzt gucken Sie sich das mal an. Der Fleisch... Die Flasche ist offen. Der Bleistift geht da rein. Das Wasser kommt nicht raus. Wenn das die Realität ist, könnten Sie sich aus einer Cola-Flasche nie eine Cola eingießen. Hat jemand dafür eine Erklärung? Sagen Sie es laut. Richtig. Das ganze Geheimnis kostet 4 Euro und besteht daraus. Das ist ein Plastikdeckel, der in der Mitte ein Loch hat. Diese Größe kann der Luftdruck halten. Und da passt genau ein Bleistift rein. Ein paar Tropfen kommen raus. Aber die Rest der Wassersäule wird voll gehalten. Und da sehen Sie, das Ding kostet eine Herstellung 5 Cent. Aber kaufen müssen Sie es für 3 oder 4 Euro. Sie zahlen den Effekt. Ein typisches Beispiel. Gut. Das war die Mechanik der Flüssigkeiten. Kommen wir zur Mechanik der Festkörper. Es gibt Leute, die behaupten, man könnte die molekulare Struktur von Gegenständen aufheben, indem man sich nur genügend konzentriert. Und dann verlieren die Moleküle die Bindekräfte. Und dann passiert es wunderbar. Wunderbar. Ja. Ein gewisser Herr namens Uri Geller ist damit aufgetreten. Es gibt uns etwa 30 verschiedene Möglichkeiten, so etwas zu machen. Das ist die Primitivste. Sie werden enttäuscht sein. Da ist ein Scharnier dran. Der Rest, das ist bei Ihnen hier oben im Kopf abgelaufen. Für Sie war der Löffel gerade. Und als ich dann was erzählt habe und lasse langsam los, dann kippt der. Und dann, ey, was ist das denn? Ein billiger Effekt. Jetzt zeige ich Ihnen die Steigerung. Hier habe ich einen Nagel. Den biege ich mal. So. Und dann biegen Sie ihn mal bitte zurück. Bitte. Nun machen Sie mal. Also, um es gleich zu verraten, selbst alle uns Schwarzenegger hätten ein Problem. Sie können den Nagel nicht zurückbiegen. Jetzt kann man natürlich fragen, ey, wieso hatten die den vorhin gebogen? Ja. Auch sehr primitiv, aber ich mache so etwas, wenn wir über Bindekräfte von Molekülen sprechen, ein Stück Kreide kann ich durchbrechen. Nagel nicht. Warum? Ja, außer, ich kann den Nagel durchbrechen. Ich kann den Nagel verbiegen. Das ist natürlich ein Spezialnagel. Das ist eine Legierung, die sich eben biegen lässt. Und der hier, das ist ein Originalnagel. Und dann tauschen Sie das nur aus, wenn Sie dem nicht übergeben. Und das ist alles. Und die Leute denken, huch, und genau diesen Effekt, den will ich erreichen, den Hocheffekt. Und das zeige ich Ihnen an einem Beispiel aus der Kalorik. Das können Sie morgen schon zu Hause machen. Was ist das? So aus dem Sonnengeflecht aufsteigend würden Sie vermuten, dass es, was ist? Ein T-Beutel. Irrtum. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen sage, dass das eine russische Interkontinentalrakete ist? Würden Sie sagen, genau, denkt jeder. Geduld. Wie kommt das zustande? Also, dazu gehört eine kurze Geschichte, erzähle ich Ihnen. Vor langer, langer Zeit haben in einem Entwicklungsland zwei Generäle gesagt, wir brauchen unbedingt Raketen. Die haben alle Raketen. Alle haben Sie Interkontinentalraketen, wir möchten auch welche haben. Dann haben Sie sich auf den Markt umgeguckt. Das billigste Angebot kam aus der Sowjetunion damals. Oder jetzt Russland. Sie haben das bestellt, Sie haben ein Schweinegeld bezahlt. Es kam ein großes Paket an. Sie haben das Paket aufgemacht. Und was war drin? Das war drin. Und dann sagte der erste General, ey, die haben uns angeschissen. Wir haben Schweinegeld für einen T-Beutel bezahlt. Sagt der zweite General, man darf nicht voreingenommen sein. Russische Technik ist einfach, aber effektiv. Gucken wir uns das doch mal in Ruhe an. Was ist das hier? Das ist ein Preisschild. Wir haben das Ding bezahlt. Abschneiden. Was ist das hier? Das sind Zündschnur. Moderne Raketen werden so gezündet. Die brauchen keine Zündschnur. Abschneiden. Und dann gucken wir uns mal unvoreingenommen an, was da drin ist. Es sieht aus wie Pulver. Also aufschneiden, Pulver raus. Und dann nehmen wir Feuer und stecken das Pulver an. Und es brannte aber nicht. Worauf der erste General sagte, siehste, ist doch ein T-Beutel. Wir haben Schweinegeld für einen T-Beutel bezahlt. Sagt dir der zweite General, man darf nicht voreingenommen sein. Russische Technik ist einfach, aber effektiv. Wenn man den Rest hinstellt, dann sieht es ja schon fast aus wie eine Rakete. Und wenn wir das jetzt oben anstecken, könnte es ja sein, dass es doch eine Rakete, sagt der erste General, du bist bescheuert. Das ist ein T-Beutel und niemals eine russische Interkontinental-Rakete. Damit mache ich Wärmelehre, unter anderem, was das mit Strömung zu tun. Kommt fast in der gleichen Stelle wieder runter. Und Sie können prüfen, ob die Leute das verstanden haben, indem Sie sagen, was ist das? Bitte? Was ist das? Sehr gut, sehr gut. Weil wenn jemand sagt, es ist ein T-Beutel, dann müssen Sie ganz traurig sagen, Sie haben nichts verstanden. Dann versteht man sich wieder. Gut. Ich wollte hier noch einen Versuch vorführen, der war auch im Programm angekündigt, das ist mir leider nicht gelungen. Das wäre schon was Tolles gewesen, flüssigen Stickstoff. Ich habe blöderweise über die Weihnachtsferien bei der TU keine Verbindung mehr gehabt und bin da nicht rangekommen. Sonst hätte ich Ihnen vorgeführt, in ein Gefäß, flüssigen Stickstoff rein, Blümchen rein, Blümchen friert, auf den Tisch hauen, Blümchen zerspringt, kennen Sie vielleicht. Der Hammer wäre gewesen, ich hätte meinen Finger genommen, ich nehme immer den hier, rein in den Stickstoff. Minus 196 Grad Celsius. Der Finger friert durch. Ich lege ihn auf den Tisch, nehme den Hammer, schlaufe den Finger, der Finger zerplatzt. Er wächst natürlich sofort nach, weil bei Eidechsen wächst der Schwanz ja auch nach, wenn er abgebissen wird oder so. Also Schock ist es schon, aber das vergisst eben ein Schieler nie mehr. Die vergessen alles, was man ihm beibringt, aber das vergessen die nie mehr, wie der sich auf den Finger gehauen hat und den vorher in flüssigen Stickstoff reingetaucht hat. Kann ich Ihnen leider nicht vorführen, tut mir schrecklich leid. Wir verlassen das Gebiet der Kalorik und gehen zur Elektrik und jetzt müssten wir hier das Licht bitte ausmachen, weil ich zeige Ihnen hier einen Versuch mit einer Glühlampe, die nur 15 Watt hat. Dazu ist es ein bisschen hell und wir machen es dunkel. Wir haben hier 230 Volt Anschluss, Kabel, Kabel, Fassung. Ich schraube Lampe, das ist Glas hier, dass einer denkt Plastik oder so, 15 Watt, ich schraube hinein, was passiert? Lampe brennt. Und da habe ich mich immer gefragt, was passiert eigentlich, wenn man das Kabel durchbeißt? Das ist die wahre Energiesparlampe, meine Damen und Herren. Die brennt auch. Schmeckt übrigens nicht schlecht. Ahnt jemand was? Genau. Ich habe eine Lakritz-Schlange genommen, habe die Mikrowelle aufgeheizt, dann kann man die nämlich schön auseinanderziehen und dann sieht es eben aus Ferna aus wie zwei isolierte Kabel. Möchte jemand Lakritz haben? Ist frisch. Lakritz? Niemand? Schade. Das ist übrigens eine tolle Lampe. Sie brauchen noch nicht mehr ein Gewinde, Sie können die auch hier drauflegen und sie brennt. Schauen Sie mal. Sie können die auch Aufputz- Feuchtraumlampe, Sie können die auch so reinklemmen. Brennt immer. Frage, was hat das mit Elektrik zu tun? Das ist natürlich ein tricktechnisches Wunder. Das ist eine echte Glühlampe, allerdings innen drin ist natürlich eine Batterie und Lämpchen. Logisch. Aber man muss nur die Fußkontakte hier verbinden. Was habe ich hier gemacht? Natürlich alles blind angeschlossen. Ich bin ja nicht bescheuert und fasse da an Strom. Das Ding ist innen drin kurz geschlossen, sodass, wenn ich das hier reinschraube, der Stromkreis geschlossen wird und das Lämpchen brennt. Und deswegen muss man die Lampen runternehmen, sonst wäre es zu dunkel gewesen. Aber kann jemand erklären, wieso das Ding brennt, wenn ich das hier drauflege? Hat davon jemand? Elektroniker hier? Sehr gut. Nee, Read. Ein Read-Schalter. Das ist hier seitlich angebracht. Das ist ein Schalter, der auf ein Magnetfeld reagiert. So etwas nimmt man in explosionsgefährdeten Räumen, um Schaltungen durchzuführen und keinen Funken zu ziehen. Und hier ist eben Magnet eingebaut und der Read-Schalter schaltet eben die Lampe ein und aus. Da kann man natürlich sehr pervers sein, indem man so eine Lampe an einem Seidenfaden über den Tisch aufhängt und unterm Tisch ist ein Elektromagnet eingebaut, der mit dem Fußschalter bedient wird. Und dann sagt man, dann geht die Lampe an. Haut die Leute echt vom Sockel. Gut. Ich zeige Ihnen noch ein Wunder, auch aus der Elektrotechnik. Herr Kirchhoff hat so ein paar Regeln aufgestellt, Parallel- und Reihenschaltung. Da ist jetzt nichts gefakt, das sind echte Glühlampen, richtig, farbig, kennen Sie, Partyleuchten. Es ist eine Reihenschaltung, also hintereinander, zwei Schalter, zwei Fassungen, roter Schalter, rote Lampe, grüner Schalter, grüne Lampe. 230 Volt. Schalte ich rot ein, geht die rote Lampe an. Das ist schon mal nicht unklug, weil das ist ja eine Reihenschaltung, das darf eigentlich gar nicht passieren. Und wenn ich die ausschalte, dann geht die grüne Lampe an. Und beide natürlich auch. Und wenn man, das ist schon mal verwirrend. Und noch verwirrender wird es, was passiert eigentlich, wenn ich die Lampenaustausche, also die rote Lampe gegenüber dem grünen Schalter und die grüne Lampe gegenüber dem roten Schalter. Und wenn wir jetzt richtig liegen, dann müsste ja eigentlich dieser Schalter diese Lampe schalten. Nee, der rote schaltet immer die rote, der grüne immer die grüne. Das ist ja normal. Dieses Ding, Sie können da überall reingucken, das bringt jeden Elektrotechniker zum Irrsinn. Ich habe das, ich habe das, 1997 glaube ich, bei Jugend forscht, habe ich einen Vortrag gehalten, habe das gezeigt. Und ein Schüler aus einer 12. Klasse war der, der hat sich das angeguckt hinterher. Und ein Jahr später war er wieder bei Jugend forscht und hat mir einen Nachbau präsentiert. Und das fand ich toll. Der hat da ein halbes Jahr dran gebastelt, um rauszubekommen, wie das funktioniert. Und er hat das Problem gelöst. Und das war die Sache wert. Genau das will ich erreichen. Und Sie hören ja auch immer, dass Strom eine Farbe hätte. Yellow. Das ist völliger Quatsch. Ich habe das als Skript mitgebracht. Sie können sich das nachher angucken. Ob Atomstrom nun schlecht oder Strom aus regenerativen Fällen gut ist, das kann man drüber streiten. Fakt ist, seit dem 01.04.1992 ist die internationale elektrotechnische Norm DIN EN-IEC 2099 in Kraft getreten, die der internen Abrechnung der Kraftwerksleistungen und Lastprofile im Verbund der Elektrizitätsversorgungsunternehmen Europa und Welt verdienen soll. Und jetzt kommt es. Nach dieser Norm wird vom jeweiligen Kraftwerk parallel zur Stromeinspeisung eine festgelegte Frequenz im Bereich zwischen 1,0 und 9,5 Gigahertz mit einem speziellen Peak bei Sinus-X Grad auf den Stroph aufmoduliert. Und wenn Sie ein entsprechendes Gerät bauen, das habe ich natürlich gemacht, und zwar einen frequenzmodulierten Stromseparator, dann können Sie an der Steckdose entscheiden, wo kommt der Strom her. Dazu hat man natürlich diese Frequenzen aufmodelliert, es gibt eine komplette Tabelle, die liegt dort unten, da können Sie sich, da sind selbst vier Strom, der immer aus Kernfusionen kommt, die gibt es ja noch gar nicht, da hat man schon die Frequenzen festgelegt. Ob das Ding im Wärmekraftbetrieb oder nur im reinen Kraftbetrieb läuft, hat man schon die Frequenzen festgelegt. Laien wissen das natürlich nicht und deswegen hat man für Laien die Farben des Stroms erläutert und ich zeige Ihnen das mal hier, wenn Sie, welche Farbe würden Sie denn Strom geben, der aus Steinkohle hergestellt wird, so rein, ne, aus Braunkohle, was können Sie da nehmen? Gut, und wenn Sie aus schwarzer Steinkohle Strom machen würden? Genau, und wenn Sie Strom mit Wasserkraft herstellen, was würden Sie da machen? Sehr gut, und wenn Sie Strom mit Photovoltaik also mit der Sonne machen? Genau, und jetzt kommt, und welche Farbe würden Sie Strom geben, der in einem Müllverbrennungswerk entsteht? Falsch. Wie, orange, warum? Na, weil die Müllautos orangefarben sind, ist doch logisch. Und welche Farbe hat Atomstrom? Ne, das ist ja Photovoltaik, der ist weiß, weil man nicht so genau weiß darüber. und deswegen habe ich hier mal grün, also weil die Pflanzen meistens grün sind, hier haben Sie die Farben und dazu gehört eine Tabelle, die können Sie sich da unten eher mitnehmen, allerdings, ich wusste nicht, dass ich so viele Leute hierher locke, ich habe blöderweise nur 25 Exemplare, aber ich habe die Originale, da hinten steht eine Kopie, die, ich habe das vorhin mit der Leitung hier verabredet, wenn Sie sich zusammenschließen, zehn Leute oder so, und gehen mit den Originalen nach vorne, kopieren die Ihnen das oder ich lege nachher nochmal meine E-Mail-Adresse auf, Sie schicken mir eine E-Mail und sagen, Sie möchten die Stromtabelle haben, dann schicke ich die Ihnen postwendend zurück und damit können, das ist natürlich alles Quatsch, aber es ist total real gemacht, damit können Sie Leute, ja, und das liebe ich eben, wer nicht überzeugen kann, muss überzeugend verwirren können, das ist entscheidend. Gut, wie gesagt, das können Sie sich nachher hier gerne mitnehmen. Okay, was haben wir denn noch Schönes hier? Ja, also Physik habe ich jetzt genug gemacht, jetzt machen wir mal ein bisschen Mathe, dann kommen wir auch mehr so in Computertechnik hinein, Zahlenwunder nenne ich das. Ich komme jetzt mal runter und bitte, bitte jemanden auf diesem Block eine dreistellige Zahl zu schreiben, freiwillig, ohne Schnapszahl, keine Schnapszahl, sondern irgendwas, was Ihnen gerade so durch den Kopf kommt. Wir sind nicht verabredet, schreiben Sie mal bitte hier eine dreistellige Zahl hin, aber so, dass man es lesen kann. Keine Schnapszahl, bitte. Nein, 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 nicht binär, analog. Das Gegenteil von analog kennen Sie, Petra sagte die Wahrheit, das ist binär. Schreiben Sie auch noch eine dreistellige Zahl, bitte, nicht binär. Genau, und noch ein letztes Mal und dann sind wir schon durch, Sie vielleicht. da eine dreistellige Zahl und dann nehme ich diese Zettel und gehe zu, danke, und gehe zu einer vierten Person und die addiert mir bitte. Und zwar machen wir das mal hier drüben, wer kann denn gut rechnen, hier vielleicht, Sie. Addieren Sie mal bitte und Sie kontrollieren, ob er sich nicht verrechnet. Manche Leute, vor Aufregung verrechnen die sich alle, ja. also wir haben drei Personen ohne Verabredung, können Sie morgen auch zu Hause vorführen, die haben drei dreistellige Zahlen aufgeschrieben, der könnte auch zehnstellige nehmen, aber dreistellige geht eben schneller und die addieren jetzt. Da kommt eine Summe raus, was haben wir? Schwierig. Ja, wenn es binär wäre, aber... Haben Sie ein Ergebnis? Es lautet... 1373. Kommen Sie mal bitte nach vorne. Kommen Sie mal bitte nach vorne. Kommen Sie mal bitte nach vorne. Gucken Sie mal, da, 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 da hängt ein Umschlag. Der hängt schon die ganze Zeit da. Öffnen Sie den doch mal bitte. Man weiß es nicht, ja. Nur zu. Und? 1373, zeigen Sie mal. Hui, ja, genau. Da habe ich mich vor, vor einer Stunde habe ich mich in mentale Tieftaus begeben und gesagt, 1373 könnte es sein. Oder? Ja. Jetzt sind Sie baff. Jemand eine Erklärung? Das war eine erste Zahl. 1373. Ja, wer hat eine Erklärung? Also, beliebte Tricktechnik heißt Wendeblock. Die Zahlen, die Sie addiert haben, waren nicht die Zahlen, die aufgeschrieben wurden. Die Zahlen, die aufgeschrieben wurden, stehen hier. Und die Zahlen, die Sie addiert haben, das sind die Zahlen vom letzten Mal, als ich das vorgeführt habe. Und das ganze Wunder besteht da drin, wenn Sie von den drei Leuten, die dürfen, die müssen weit auseinandersetzen, damit die sich nicht abgucken können. Wenn Sie nach vorne gehen, drehen Sie einfach den Block um, nehmen die Zahlen, die schon da stehen, reißen ab und sagen, addieren. Dann kommt keiner drauf. Der Effekt ist zunächst mal umwerfen. Und wenn ich das im Unterricht mache und die holen den Umschlag von der Tafel ab, fünf Minuten vor Schluss mache ich das und das stimmt, das Ergebnis, und dann klingelt es und ich gehe raus. Ja, und die freuen sich auf die nächste Mathe-Stunde, ich sage Ihnen. Und jetzt setzen wir noch einen drauf. Jetzt zeige ich Ihnen wirklich was. Das wird Sie total aus dem selig-geistigen Gleichgewicht bringen. Und zwar, das habe ich übrigens in 50 Exemplaren hier, können Sie sich nachher abgreifen. Sie sehen hier Hasen. Zählen Sie doch mal, wie viele Hasen das sind. Jeder sieht ein bisschen anders aus, aber es sind keine Elefanten, es sind eindeutig Hasen. Wie viele sind es? Genau. Und jetzt kommt das Wunder. Herr Copperfield nimmt jetzt ein Blatt Papier oder ein Tuch und macht diesen. Mache ich nicht. Ich vertausche nur A und B. Natürlich sieht jeder Hase wieder etwas anders aus, aber es sind immer noch Hasen. Wie viele Hasen sind es? Einer ist verschwunden. Einer ist verschwunden. Einer ist verschwunden. Also, so rum sind es 16 Hasen. So rum sind es 15 Hasen. Die Frage lautet, welcher dieser 16 Hasen verschwindet, wohin geht der? Was macht er dort? Wann kommt er wieder? Wieder kommt er, wenn ich wieder umtausche. Dieses können Sie hier unten abgreifen zum Ausschneiden. Zwei Exemplare stehen drauf. Es ist ein topologisches Problem. Damit können Sie in Mathe einen Leistungskurs zur Verzweiflung treiben. Übrigens, Beschäftigen, Sie können Wetten darauf abschließen, die wenigsten wissen, wie das geht. Es gibt eine Lösung, die ist eindeutig. Sie sollten nur vorsichtig sein. Wer sich zu tief mit diesem Problem beschäftigt, kann, also es gibt in der Bonhoeffer Klinik, für diejenigen, die nicht aus Berlin sind, das ist das Irrenhaus von Berlin. Da gibt es eine geschlossene Abteilung, die heißen die Häschenleute. Das sind die, die sich mit dem Problem zu sehr beschäftigt haben und in ein mentales Loch gefallen sind. Aber wer sich trotzdem dem Risiko aussetzen möchte, der kann sich nachher ein Exemplar holen, oder E-Mail, ich schicke ihm das. Und hier ist meine Adresse drauf. Wenn er eine Lösung findet, dann schickt er sie mir, dann gewinnt er was. Schicke ich ihm eine kleine Aufmerksamkeit. Aber Sie können in zwei Sätzen das Problem wirklich umreißen. Frage nochmal, welcher dieser 16 Hasen verschwindet? Wohin geht er? Was macht er dort? Wann kommt er wieder? Die letzten drei Fragen brauchen Sie nicht zu beantworten, aber welcher verschwindet? Das ist die Frage. Wie gesagt, nachher können Sie sich hier unten ein Exemplar mitnehmen. Ich komme zum Ende und ich habe gedacht, zum Ende muss ich irgendwas mit dem Computer CCC, Computer Chaos Club, nee, Chaos Computer Club, wie rum? Genau. Irgendeinen Zusammenhang bringen, da habe ich mir gedacht, machst du folgendes, ich erzähle Ihnen eine Geschichte, ein guter Hacker und ein böser Hacker sterben gleichzeitig und kommen in den Himmel und stehen an der Himmelsleiter. Und dann rennt der Böse, rennt hoch, kloppt, Petrus macht auf, sagt er, ich möchte in den Himmel, sagt Petrus, ja, wissen Sie, ohne Papiere haben Sie Papiere? Ja, sagt er, es ging alle zu schnell, kurzschluss am Computer, schon was passiert. Und dann sagt der Petrus, nee, ohne Papiere können Sie nicht rein. Er wieder die Treppe runter, unten ist noch der Gute, der wusste noch nicht, was er machen sollte, dann sagt er, hast du Ausweis dabei? Ja, klar, kannst du mir ein Stück abgeben? Und sagt er, kein Problem, ja. Und zwar, diesen Ausweis können Sie sich so falten, Papier, 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 da gibt es unten Paper, das ist genau beschrieben und dann hat der Gute dem Bösen etwas abgeschnitten. Der mit diesen, hoppla, ich brauche hier den Schnipsel, der mit diesen Schnipseln nach oben zu Petrus. Petrus guckt sich das an und sagt, ist ganz nett, aber vergiss es, langt nicht. Der Böse wieder runter, in der Mitte der Treppe trifft er den Guten wieder und sagt, kannst du mir noch was von deinem Ausweis abschneiden? Sagt er, klar, kann ich. Schneidet ihm wieder was ab. Der Böse nach oben zeigt Petrus, Petrus guckt sich an und sagt, vergessen, ist noch nichts. Das Spielsinn wiederholt sich, er kriegt noch einen dritten Abschnitt und dann sagt er zu Petrus, aber nun ist genug, nun möchte ich jetzt endlich mal wissen, ob das nicht genügt. Und dann sagt Petrus, nun gucken wir uns das mal in Ruhe an, was Sie uns hier geliefert haben. Das soll der Ausweis sein, der Eintritt in den Himmel. Da müssen wir erst mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Und er faltet wirklich alles auseinander. und da und Moment. Es wird wirklich jeder Schnipsel benutzt. Sie ahnen schon was vielleicht. So, kann man lesen? Ja. Ja. Und, und, da sagt der Böse, na, das ist ja wohl ein Ding. Und was ist hier mit dem da? Ist das etwa der passende Ausweis? Ich sage, Petrus, guck mal in Ruhe nach, das ist jetzt der Ausweis von dem guten Hacker. Ja, ne? That's it. Was lernt uns das? Die guten Hacker kommen in den Himmel, die Bösen in die Hölle. Wie gesagt, dazu gibt es hier unten Paper, wo das genau beschrieben ist, wie man das falten muss und wie man das schneiden muss. Die Geschichte, die können Sie sich dazu ausdenken. Funktioniert wunderbar. Man kann das Wort Hölle legen, mit jedem Schnipsel und ein Kreuz entsteht. Und nun kommt fast die Krönung. Ich habe gedacht, das Schiff des CCC schwimmt über die Weltmeere im Datenstrom, ja? Und, auch dazu gibt es ein Paper, die meisten Leute wissen heute gar nicht mehr, wie wir so ein Schiffchen falten. Da habe ich gedacht, gut, kann man nachlesen, ja? Der Effekt kommt. Also, das Schiff des CCC schwimmt im Datenstrom, ja? Auf einmal kommt ein Sturm. Was passiert? Reißt das Heck ab. Das Schiff schwimmt weiter. Kommt wieder eine Welle, Datenstrom, schwupp, wird die Spitze abgerissen. Und das schon stark lädierte Schiff des CCC schwimmt weiter im Datenstrom, wird der Bug abgerissen. Das war's, das Schiff geht unter. Nun werden Sie sagen, alles vorbei mit CCC. Nein, beim, irgendwann kam ans Ufer gespült, hier, das Hemd des Kapitäns, Andy Müller-Magun. Und auf der Rückseite, Private Investigation. Das, meine Damen und Herren, ist das T-Shirt in Sommerausführung. Es gibt natürlich auch eine Winterausführung, die sieht dann so aus, die hat längere Ärmel. Sie können natürlich auch was anderes draufschreiben. Wer den Gag auch mal zu Hause machen will, da unten gibt es ein Zettelchen, ist das genauestens beschrieben. Und jetzt kommt das allerletzte Ding, das allerletzte versprochen, und ich habe hier Gegenstände. Jetzt habe ich leider nur 20 Stück, ich habe wirklich gedacht, naja, 30 Leute kommen oder so. Ich habe, ja, die anderen Vorträge sind auch viel interessanter, finde ich. Ich frage nur, was ist das? Wer möchte mal seine Innovationen testen? Ja, ein paar können Sie sich nehmen. Also solange welche da sind. Wer noch? Ja, es ist etwas, wo Sie schon immer das Problem hatten und gedacht haben, ey, warum löst das keiner? Es ist die Lösung Ihres Problems. Sie müssen nur wissen, für welches Problem. Wer das Problem löst und mir sagt, wofür das ist, der darf es behalten. Die anderen müssen es mir wieder zurückgeben. Ich nehme Anregungen entgegen. Wer noch? Oh! Jetzt kommt ein Teller. Und? Ja! Eierbecher ist falsch. Wofür ist der Schlitz? Das ist ja unlogisch. Kostet nur Geld. Es ist die Lösung eines Problems, vor dem die meisten von Ihnen schon gestanden haben oder im Laufe Ihrer Karriere stehen werden. Hat jemand eine Idee? Ja, bitte. Sehr gut. Kann ich mal das Exemplar, bitte, noch mal haben, eins? Wer hat da eins? Sie kriegen es wieder. Ich will es nur mal demonstrieren. Also, das Ding nennt man in Fachkreisen Brüsselkralle oder dritte Hand. Techniker sagen auch Teller-Glas-Adapter dazu. Kann ich mal eins haben? So. Sie können sich's nachher wiederholen, ja? Also, das Ding wird, das Problem ist Stehempfang. Sie kriegen einen Teller, schaufeln sich voll, Gäbelchen und sagen, und jetzt ein schönes Gläschen Rotwein. Dann legen Sie die Gabel hin neben das Rotweinglas und sagen, und nun? Stellen Sie irgendwo ab. Nein, Sie holen in Zukunft Ihren Brüsselkralle deshalb, weil in Brüssel werden unheimlich viele Stehempfänge gefeiert, ja? Sie nehmen den Teller-Glas-Adapter, klicken den an den Teller und hängen hier das Rotwein. Mit Bierglas geht's nicht, das geht nur mit Stielglas, also Rotwein. Und dann können Sie gesittet essen und trinken. Und ich garantiere Ihnen, wenn Sie das mal bei so einem Stehempfang benutzen, da gebe ich Ihnen Brief und Siegel drauf. Jeder fragt Sie, wo hast du das her? Ich möchte das auch haben. Meine Adresse lege ich noch mal auf. Da ist auch meine E-Mail-Adresse für alle, die nachher hier unten nicht satt werden. Wie gesagt, E-Mail schreiben, welches Paper Sie haben wollen, dann schicke ich Ihnen das per elektronischer Post. Wem war das Ding hier? So, ja, das war's. Ich danke Ihnen, dass ich Ihnen Ihre Zeit stehlen durfte. Ich habe noch einen Spruch zum Schluss. Einen Spruch zum Schluss habe ich noch. Verzaubern Sie die Computerwelt, aber bleiben Sie bitte skeptisch. Also nicht alles glauben, was man Ihnen erzählt. Das war's. Also nicht. Vielen Dank.